Ja, herzlich willkommen wieder bei grobi.tv, unserem Heimkino-Kanal. Wahre Heimkino-Fans, Filmfans haben so das ein oder andere, ich sag mal, Utensil aus Filmen vielleicht schon in der eigenen Sammlung und schmücken sich also gerne damit, ob das jetzt eine Star-Wars-Figur ist oder was auch immer wir mittlerweile an Merchants da so bekommen können. Wir selber sind natürlich auch wahre Filmfans und haben uns hier den kleinen Kollegen hier geholt, der schon so manchen erschreckt hat, der hier durch die Tür kam. Wir haben auch da drüben was, eine neueste Errungenschaft, das ist jetzt hier unser Helm aus einem der vielen Prädatoren-Filme, den haben wir uns da mal gegönnt und was wir Ihnen gönnen möchten, ist beispielsweise mal solche Motive. Wir sind ja wahre 3D-Fans und da haben wir uns mal umgeschaut und haben diese wunderschönen Motive hier entdeckt und zwar, das ist dieses Lentikular-System, wo also dann die Möglichkeit ist, je nach Betrachtungswinkel einen wunderschönen 3D-Effekt zu zeigen und da haben wir also dieses Motiv oder wir haben hier ganz böse dieses Motiv aus dem Batman, wo man also sehr schön sehen kann, die zwei Personen aus den Batman-Filmen und dann haben wir noch weitere Motive und die möchte ich gerne mal zeigen, weil das Ganze kann man nämlich bei uns ab sofort kaufen, das mache ich nicht ganz so auf QVC-Art, aber wir sollten noch mal drüber sprechen und die weiteren Motive, die gucken wir uns mal da unten an, da geht es von Star Wars bis hin zur Eisprinzessin. Das Motiv darf natürlich bei keinem Star Wars-Fan fehlen, denn das ist das Original-Star Wars-Motiv aus dem Jahre 1977 und erstmalig in 3D. Ich denke mal, über die Kamera kann man es ganz gut zeigen. Wir haben noch weitere Motive, wir machen mal einen Sprung jetzt hier in die Batman-Szene, das ist aus dem letzten Batman-Film, gutes Motiv, gibt es also hochkant, querformatig. Dann haben wir hier für alle Comics-Fans, was haben wir hier? Das sind jetzt hier die Marvels, genau, die einzelnen Figuren, gucken mich auch alle in 3D schon an. Schickes Ding. Nächste ist Superman und Freunde, man beachtet besonders Supergirl und ihre 3D-Mensalität, sehr sexy. Ja, dann haben wir, Kameramann muss sich auch gerade zusammenreißen, dann haben wir hier die DC, soll ich sagen, DC Comics, ja, für alle DC Comics-Fans auch wieder alles in 3D. Und zum Abschluss für die Kleinsten in der Familie, die Eisprinzessin in 3D. Eisprinzessin und Friends. Ja, da gibt es dann auf der Rückseite so eine kleine Halterung, brauchen wir nur Nägelchen, wiegt ja nicht sehr viel, sieht ziemlich schick aus und der ganze Spass kostet gerade mal 14,90 Euro, also ab sofort bei Groobi zu bekommen. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.